Hallo liebe Kunstfreunde, mein Name ist Wolfgang Sobol, ich bin Künstler, Maler aus einem kleinen Ort in Thüringen, aus Altersbach. Meine Kunst sehe ich so, dass es ein unendlicher, unergründlicher Kosmos ist. Kunst im weitesten Sinne, eigentlich ein fremdes Universum. So bin ich als Maler ein Suchender in einer fremden Welt. Möglicherweise ist es in der Kunst so wie mit der Suche nach der Wahrheit. Den Worten Krishnamurtis entsprechend, der sagt, sie ist ein fadloses Land. Es gibt keine vorgefertigte Kunst. Sie ergibt sich durch die Suche nach ihr. In diesem Sinne lade ich Sie für den 8. April recht herzlich zur Vernissage ein und freue mich auf Ihre Anwesenheit und vielleicht nette Gespräche.